hallo was geht ab ich bin euer zahidess und willkommen zu einem neuen mit auf einem kanal mit nero tv ja er spielt jetzt nicht er spielt jetzt ich fifa 17 er spielt gda story modus ich werde mit nero gleich auch ein video auf dem ist es 22 uhr es juckt uns gar nicht so ein video ja können wir machen habe damit schon video für nächsten montag ab alle vierte minute erstes tor für köln gegen wolfsburg ich teile ich bin ja bayern gegen darmstadt aber oben rechts sind immer solche news wie die anderen spielen ja auch ein paar andere partien und ich habe sowas an wir zum beispiel da steht jetzt da muss irgendwas einstellen und da kriege ich jetzt ab jetzt immer diese news musste den kommentator auf englisch stellen damit das geht jetzt und dann noch ein paar andere sachen dann kriege ich immer die news wer das tor geschossen hat oder so dann geht es immer weiter robben müller der türke ne der ist ja deutsch aber angeblich ist ja kein türke mit seinem namen ist ja auf jeden fall kein deutscher wer ein tag solo kann aber sein so einfach für die bayern und die bayern versuchen jetzt zu kontern und ronaldu und ronaldu und ronaldu schießt und wieder den ball aber ich will ein leute ich mache körper einsatz der schießt abseits von christian ronaldu esser rosenthal marcel heller schneller als heller und ronaldu ich habe und ronaldu ja die spielen glaube ich noch ein Nein, guck mal, 1-0 für Serbien, da kommt 1-1, da kommt Shaqiri so, Schweiz, ne, 90. Minute, Shaqiri macht 2-1. Hat Shaqiri 2-1 gemacht? Ja. Weil er hat, guck, Tyler, hast du diese Szene gesehen? Shaqiri will so das Tor machen, äh, Lattenkreuz. Er trifft so das Lattenkreuz. Ah, verdient! Verdient haben die gewonnen. Weil in der zweiten... Brasilien gesehen, Brasilien gesehen, Costa Rica hat sogar 2 Tore in der Nachspielzeit. Neymar mal wieder mit dem Tor. Der hat nach dem Tor geheult, nach dem Spiel. Ja, ja, hast du das Ding, hast du die Vorlage von Costa Rica gesehen? Welche Vorlage von Costa Rica? Hä? Hat Costa Rica eine Vorlage gemacht? Nein, ich meinte Diego Costa. Brr. Mann. Brr, ich spiel gegen Darmstadt, guck, ich spiel so gegen Köln, ich gewinn 4-2. Ich spiel gegen Darmstadt, grad mal 0-0 immer noch. Müller, Rosenthal. Oder jetzt die Bayern. Cristiano Ronaldo. Ey, ich hasse das. 37 Minuten, irgendwo 1-1 in Frankfurt. Äh, nicht in Frankfurt, sondern in einer anderen Stadt, aber mir ist das grad egal. Robin, Müller, ey. Sayonara, Alter. Leber, ey, Ronaldo, renn doch mal schneller, du kleine Albaner. Er rennt so, der kleine afghaner. Wann ist er wieder zu Ende? Gleich. Müller. Das Spiel? Ja, beim Spiel sind so noch 45 Minuten gleich. Und Marcel Höller, schneller als der Blitz. Zulu, Esser, Alaba, Vidal, Franck Ribéry, Ronaldo, David Alaba. Riese Torchance für den Österreicher. Ey, Mann, war so eine geile Mitnahme. Ähm, Halbzeit, ich stehe 0-0. Auf beiden Seiten. Rosenthal. Und die zweite Halbzeit kann wir gehen. Altitop. Sirigu. Fehlpass. Müller. Wieder. Bei Ronaldo. 2-1 für Freiburg. Gegen Frankfurt. Weil der Maus einwurf für den FC Bayern. Eckstoß. Eckstoß. Thiago. Thiago. Rodaldo. Esser. Eckstoß. Thiago. Thiago. Ronaldo. Ronaldo Latte. Wieso schießt der nicht? Wieso schießt der nicht mit rechts? Dann wäre das jetzt schon locker, das 1-0 für die Bayern. Ronaldo. Ronaldo. Jetzt ist das 1-0 für die Bayern. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo schießt das 1-0. Es ist sein 16. das Bullis Gator. Und er macht den Sü. Tolle Vorlage von Frank Ribéry. Kein Abseits. Und Ronaldo mit dem 1-0 in der 56. Spielminute. Fedecki. Nein. Ein langer Ball. Ah. Verwechsel mal. Werner. Timo Werner kommt rein. Super. 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 Riesenfehler von Thiago! Thiago will jetzt stell wieder den Ball! Müller! Und Coman! Er hat ein Tempo dafür! Coman! Er hat die Beschleunigung dafür, wollte ich sagen. Ey, was ist das für ein Scheiß-Einwurf gerade gewesen? Marcel Heller ist nicht schneller als Kimmich! Marcel Heller ist schneller als Heller! Kosta mit einer Nervengrätsche! Marcel Heller ist schneller als sein Schatten! Ne, langsamer als sein Schatten! La, 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 la! Und Kicksele Coman! Coman! Er gibt Gas! Er ist schnell zu Bayern! Spieler! Mit Werner! Und Werner verliert aber den Ball! Partner, Stream oder GTA? GTA! GTA! Was ist das? Was ist das? Rosetal! Eine Grätsche von Alaba! Er war der letzte Mann! Er kriegt die rote Karte! Wer? David Alaba! Dein Spieler! Ja, mein Spieler! Halt's Maul! Lacht er sogar noch! Was lachst du da? Er denkt an Borsteller! La, ich soll ihn aus derleton compartment . Ich soll ihn súper gut und wegge Ble بت den...' Ich soll ihn euch genug umıs too! Enll 2015 will du ja noch nicht mehr so auch weg주� graveben! Wenn du er informatet will sch sourd ugh deinvor18ig! Happy ist mein Leben und eh g Georges什麼! Das ist mein Vater! Ich soll dich umdp directing? Auf der Lequer ist mein Leben lang! Ich soll och er gar nichtio ¡ Lollipop 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 Oh nein, so ein Fransic Ey, so ein leichtes Tor Ey, ich muss jetzt bei Michaels Haus anbrechen Ey Ey, Müller ist so eine fette Sau Ey Ey, spielt doch nicht diese Fehlpässe Manuel Neuer Timo Werner Kingsley Coburn Timo Werner Und Müller Zwei als Bayern Thomas Müller Gerade eben war er ja noch eine fette Sau und jetzt schießt er das Tor Timo Werner Timo Werner ist ein Ist ein Hurensohn Vrancic Neuer Oh mein Gott, das war der beste Pass Vor Manuel Neuer Auf Werner Timo Werner Timo Werner 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 Thiago, bring die Ecke Vele Tricky Hickey Tricky Vicky Nicky Vicky Dickey 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 und dann Nicky Vicky Dickey und dann Nein! Scherobuateng und Kickselkommant! 90 plus 4! Strohengel, Rosenthal, die Bayern, Thiago, das Spiel ist vorbei, die Bayern gewinnen mit einem 2-1. Knapp, aber gut. Scherobuateng und Knapp, aber gut. Das war's mit meinem Video. Liked das Video, teilt das Video. Schaut, wir machen jetzt nochmal kurz die Verträge, weil da steht Achtung, sie können 3 Spieler verlieren. Raffinia, Arjen, Robin und Frank Ribery. Ulreich, ja ist unser zweiter Torwart, müssen wir, da müssen wir's einfach machen. Sporatischer. Raffinia, da brauchen wir ihn dringend. Nochmal für 5, für 4 Jahre. Sporatischer. Robin. Vier Jahre. Wichtig für die erste Mannschaft ist er. Gaudino. Gaudino, nein. Ja, Ribery will seine Karriere beenden. Da können wir nichts machen. Ja, ich würde sagen, Reus verlängern wir nochmal. Für 3 Jahre, er ist wichtig für die ganze Mannschaft. Ja Leute, das war's mit dem Video. Liked das Video, teilt das Video und tschau. Schaut bei NeroTV vorbei und schaut bei Boss Gaming vorbei. Das letzte Wort hat Nero. Bye, bye.